Facebook Ads, wie lange werden Facebook Ads noch funktionieren? Wie lange kann ich mit Facebook Ads noch Geld machen? Wie lange kann ich diese Business-Modelle noch machen? Wie lange kann ich noch mit Shopify und Facebook Geld verdienen? Und so weiter und so fort. Diese Fragen, die du dir höchstwahrscheinlich manchmal stellst, die ich mir auch gestellt habe, die ich mir manchmal auch noch stelle. Und wir haben heute die Lösung. Wir haben heute the key, wo ich DJ Khaled sagen würde, the key to success. Wie lange du Facebook Ads benutzen kannst. Ich lasse dir das Intro spielen, bevor es noch vieler wird. Ich möchte das Video anfangen und erst mal sagen, natürlich, Facebook Ads sind nicht mehr so leicht wie 4, 5, 6 Jahre zuvor, als sie neu auf den Markt gekommen sind. Dasselbe gilt auch für Google Ads, als sie auf den Markt gekommen sind. Die waren unheimlich billig. Du hast für ein CPC, für einen Klick, sehr, sehr wenig Geld bezahlt. Für wenige Cent hast du CPCs bekommen. Mittlerweile sind die teurer, ich weiß. Dasselbe gilt auf dem Facebook. Heute ein bisschen teurer. Nichtsdestotrotz, die nächsten 24 bis 36 Monate, sagen wir mal 48 Monate, bevor die ganzen größeren Brands aufspringen, bevor sie davon mitbekommen und Geld in das Ganze reinpumpen, ist Facebook Advertising noch richtig billig. Okay, es ist ein CPM von 5 bis 15 Euro. Das ist unheimlich billig. Also 5 bis 10, lass uns 5 bis 10 Euro sagen. Das ist unheimlich billig. Und du kannst davon ausgehen, wenn die größeren Brands davon mitbekommen, besonders bei Instagram und Facebook Ads, dass der CPM weiter ansteigen wird, bis er einen fairen Punkt erreicht. Das heißt, gerade was da stattfindet, das ist nicht fair. Das ist alles andere als fair. Das ist alles andere als fair, dass man mit Facebook Ads direkt auf eine Produktseite weiterleiten kann. Cold Traffic, Leute, die man zuvor nicht kannte, Verkäufe generiert und nur noch Plus im Frontend kriegt. Das ist absolut nicht der Klassiker. Und was wir durchleben gerade, das ist Luxus. Das musst du erst mal verstehen. Das ist Luxus. Wir leben gerade in einer Zeit, wo wir Marken aufbauen können, wo wir im Frontend direkt Geld verdienen. Kleines Beispiel. Ich kenne Unternehmen, ich kenne Firmen, ich arbeite mit Firmen zusammen, die zahlen 100 Euro für einen neuen Kunden. Die zahlen 100 Euro minus, dass sie einen neuen Kunden kriegen, akquirieren können. 100 Euro für einen Neukunden. Und dann kommen andere Print on Demand und Dropshipping und sagen, mein Facebook Ads, die machen nur 5 Euro Gewinn pro Neukunden. Okay, jetzt stell dir mal das vor. Hier ist ein größeres Unternehmen, ein Multimillionenunternehmen, was 100 Euro für Neukunden ausgibt. Und hier bist du, machst 5 Euro im Frontend Gewinn und nörgeltst rum, dass 5 Euro zu wenig sind. Verschiedene Sachen. Wieso nörgeln wir rum? Ich habe auch am Anfang dazugehört. Wieso nörgeln wir rum? Wir haben 5 Euro Gewinn pro verkauften Artikel am Anfang. Wir haben nicht das langfristige Spiel in unserem Kopf. Besonders wenn man ein neuer Unternehmer ist, weiß man nicht, worauf es hier ankommt. Stell dir mal vor, du kriegst 5 Euro, sagen wir mal, du bist plutt, ja sag mal 3 Euro Gewinn durch Steuerabzug und alles andere Abzüge. 3 Euro Gewinn pro verkauften Artikel. Mal 1000 Kunden im Monat. Jetzt hast du einen Gewinn von 3000 Euro. Aber was du nicht berechnest, dass 20% der Kunden im nächsten Monat wieder eventuell einkaufen, wenn du jede Woche neue Designs, neue Produkte veröffentlichst. Das heißt, du hast 20%, 25%, 30% wiederkehrende Kunden, wenn du alles richtig machst, wenn du eine gute Customer Experience gibst. und das stapelt sich. Okay, jetzt kommt die Key. Das ist die Key. Das ist die Key. Wenn du jetzt diese wiederkehrenden Kunden hast, plus neue akquirierte Facebook Kunden, plus die ganze Mundpropaganda, plus die ganzen Kampagnen, die jetzt viraler gehen, jetzt baust du ein langfristiges Business auf mit einer Marke, mit einem Wert, den du für später für sehr, sehr teuer verkaufen kannst. Natürlich, wenn du jetzt denkst, Frontend, Frontend, ich will Geld machen, ich will Facebook-Ads auf ein Produktverkauf gewinnen. Gewinn. Es klappt momentan noch. Und es klappt die nächsten Monate auch noch safe. Okay, man muss zwar ein bisschen mehr professionelles Facebook-Marketing machen, aber es klappt immer noch. Und es ist immer noch leicht. In den nächsten 24 Monaten könnte das Ganze anders aussehen. Und da muss ich einen Switch umlegen. Bis dahin musst du das Ganze verstanden, inhaliert haben und langfristige Gewinne machen wollen. Okay, mit wiederkehrenden Kunden, mit Customer Experiences. Denn wenn du nur ein Frontend-Geld machst und das Ganze Backend vernachlässigst, dann lässt du den größten Teil deines Gewinns auf den Boden. Okay, du lässt ihn auf den Tisch. Ich glaube, das ist die Rede, wenn du ihn auf den Tisch lässt. Und du musst verstehen, dass wenn die guten Zeiten vorbei sind, mit Facebook-Ads, okay, dann musst du verstehen, dass du langfristige Gewinne machen willst. Und ich würde sogar so weit gehen, ich würde meinen Customer Lifetime Experience nach einem halben Jahr Business ausrechnen oder einem Durchschnitt ziehen. Was gibt ein Kunde durchschnittlich aus? Wie viel gewinnt, bleibt mir davon. Und das wäre dann mal ein neuer Richtwert für einen Cost per Customer. Heißt also Cost per Purchase, heißt das glaube ich sogar. Cost per Purchase. Wie viel Prozent kaufen wir da ein? Wie viel geben sie durchschnittlich aus? Zeitraum von 6 Monaten. Schreib dir auf den Zeitraum von einem Monat, Zeitraum von 3 Monaten, Zeitraum von 6 Monaten. Wie viel geben sie durchschnittlich aus? Rechnen im durchschnittlichen Wert. Schau, was deine Zahlen sagen. Schau, ich weiß, sag dir das eh. Es steht eh alles mit drinnen. Und dann kannst du ein Fazit ziehen. Und dann, wenn die guten Zeiten vorbei sind, was eh noch dauert, keine Angst, dauert noch 2, 1, 2 Jahre, 3 Jahre. Wenn die guten Zeiten vorbei sind, dann kannst du hergehen und sagen, okay, mein neuer Cost per Neukunde ist ab jetzt nicht mehr, dass ich plus 3 Euro im Profit bin. Nein, es könnte sogar sein, dass ich plus minus 0 bin oder minus 5. Trotzdem bin ich über 6 Monate 20 Euro pro Neukunde im Gewinn. Jetzt stell dir mal vor, du investierst, wir spielen jetzt noch ein bisschen mit größeren Zahlen, dass das Ganze mehr Spaß macht. Du investierst am Tag, also du investierst im Monat, sagen wir mal 10.000 Euro in Facebook Ads. Okay, du investierst im Monat 10.000 Euro in Facebook Ads und du machst im Frontend plus minus 0. Plus minus 0. Okay. Natürlich musst du berechnen mit den ganzen Gebühren, die du zahlst, mit Steuern und so weiter, bis du plus minus 0 kommst. Wenn du jetzt diese gleiche Rechnung für 6 Monate machst, dann hast du 60.000 Euro in Facebook Ads investiert. So viele Leute haben deine Marke gesehen und dein Business wird organisch wachsen. Die Leute werden jetzt langsam auf dein Brand aufmerksam. Du wirst immer besser. Deine ganzen Sachen laufen immer besser. Smoover. Okay, du bist smooth as fuck mittlerweile. Du weißt, wie alles funktioniert. Du hast deine Designer, du hast deine Design Recherche optimiert. Du weißt, die ganzen Operationen, Umsätze, du hast alles verstanden und jetzt wird es Zeit, dass dein Business langsam richtig, richtig explodiert. Du hast so viele neue Kunden, also 10.000 Euro in Facebook Ads investiert im Monat. Ich will gar nicht wissen, wie viele neue Kunden du bekommst und dein Business wächst von Monat zu Monat. Glaubst du, die besten Unternehmen der Welt haben damit angefangen, dass sie im ersten Monat sehr, sehr profitabel waren? Nein, natürlich nicht. Das ist ein Spiel, was ein bisschen länger dauert. Okay, ich weiß, wir sind manchmal gierig, aber wir müssen mal einen Schritt zurück treten und sagen, okay, hey, weißt du was, ich baue jetzt über mehrere Monate mein Business auf. Wenn es soweit ist, momentan ganz süß, sei gierig, denk gar nicht dran, dass du noch zusätzlicher Profit der dazukommst. Okay, du investierst, 10.000, machst 10.000 noch gewinnen und dann kommt noch dieser zusätzliche 20, 30% Return auf Customer, der noch dazukommt durch dein Branding und alles. Das ist noch zusätzlicher Gewinn. Genieß, enjoy, investier, was du noch kannst, investier, dein ganzes Vermögen in Facebook Ads noch. ich muss hier ein Disclaimer einfügen. Ich muss hier auf jeden Fall ein Disclaimer einfügen, jede Angabe ohne Gewerf. Investier nicht dein ganzes Vermögen in Facebook Ads. Okay, gerade funktioniert es noch, aber bitte, bitte, das soll in deinem Hinterkopf bleiben, die Zeiten werden irgendwann nicht mehr so gut sein und dann musst du langfristiger denken. Okay, das soll auch keine Entmutigung oder irgendwas sein, nein, es ist ganz normal, aber du wirst besser, dein Business wird besser, vertrau mir an dieser Stelle und dann machst du richtig Rock'n'Roll. Bis morgen mit einem neuen Video. Drück natürlich auf Abonnier, aber nur nicht diesen Channel. Ganz Apo, Swally, E-Commerce. Apo, E-Commerce, Swally.